Der Gottesdienst und die Vergebung der Sünden Lassen Sie uns Gottes Wort heute unter dem Titel Der Gottesdienst und die Vergebung der Sünden miteinander teilen. Lassen Sie uns verstehen, wie wichtig der Gottesdienst in unserem Glaubensleben ist. Lassen Sie uns in Bezug darauf, in den Himmel zu gehen, sehen, was geschehe, wenn es keinen Gottesdienst gäbe. Es steht uns frei, in Frieden den Gottesdienst zu halten. Jetzt aber, da von der Regierung wegen der drängenden Situation, in der wir uns befinden, offizielle Regeln verordnet und die Gottesdienste eingeschränkt worden sind, können wir den Unterschied fühlen zwischen den Gottesdiensten, die wir immer in Frieden halten konnten, und den Gottesdiensten, die wir jetzt in dieser Notsituation halten. Lassen Sie uns uns heute etwas Zeit nehmen, um durch die Bibel zu lernen, dass Gott durch die Gottesdienste die Vergebung der Sünden gibt. Gemäß der Bibel begann der Gottesdienst, zwischen Gott und den Menschen geformt zu werden, nachdem Adam und Eva gesündigt hatten. Die grundlegendsten Merkmale des Gottesdienstes sind die Buße und die Vergebung der Sünden. Wer nicht Buße getan hat, kann nicht Gottesdienst halten. Und wer keinen Gottesdienst hält, hat keinen Weg dazu, dass ihm die Sünden vergeben werden. Erscheinen nicht das Opfer von Kain und das Opfer von Abel auf diese Weise in der Bibel? Opfer und Gottesdienst sind dasselbe. Der Gottesdienst von Abel und der Gottesdienst von Kain. Warum hielten sie Gottesdienst? Da man nur zu dem Baum des Lebens gehen kann, wenn die eigenen Sünden vergeben sind, lehrte Gott Kain und Abel den Weg dazu, durch den Gottesdienst die Vergebung der Sünden zu empfangen. Und nach Kain und Abel brachten viele Menschen Opfer dar, indem sie das Blut von Tieren vergossen, wann immer sie Gott Gottesdienste darbrachten. Bis zu der Zeit von Mose vergingen auf diese Weise Tausende von Jahren. In der Zeit von Mose begann die Struktur des Gottesdienstes festgelegt zu werden. Bis dahin waren viele Dinge weggelassen worden, aber in der Zeit von Mose legte Gott auf dem Berg Sinai die Zeremonie der Gottesdienste fest, indem er sagte, von nun an betet mich diesen Ordnungen entsprechend an. Das ist das Gesetz des alten Bundes. Einfach ausgedrückt ließ Gott sie wissen, wie im alten Bund der Gottesdienst zu halten war. Der alte Bund diente schließlich als Schatten und Abbild, um den neuen Bund wiederzuspiegeln. In den Zeiten des alten Testaments wurden alle Gottesdienste vollzogen, indem das Blut von Tieren vergossen wurde. In den Zeiten des neuen Testaments aber wurde Jesus Christus zu dem Opferlamm des Passers, dem Sühneopfer, das Gesetz für den Gottesdienst des neuen Bundes entstand. Es gab im Alten Testament Gottesdienste und auch im Neuen Testament gibt es die Gottesdienste. Die Vergebung der Sünden kann ohne Gottesdienste auf keinen Fall gegeben werden. Ohne die Gottesdienste gibt es keine Brücke, die den Spalt zwischen Gott und der Menschheit überbrücken kann. So kostbar ist der Gottesdienst in unserem Glaubensleben. Manche Leute nehmen den Gottesdienst auf die leichte Schulter und denken einfach, ich muss den Gottesdienst lediglich zur richtigen Zeit halten. Ich brauche dafür keine großen Anstrengungen zu unternehmen. Aber der neue Bund hat seine Gesetze und Ordnungen. Und auch der alte Bund hat seine Ordnungen und Gesetze, oder? Der Weg, den Gottesdienst des alten Bundes zu halten, steht im Alten Testament geschrieben. Und der Weg, den Gottesdienst des neuen Bundes zu halten, steht im Neuen Testament geschrieben. Wenn man das bedenkt, so kann unser Glaubensleben ohne den Gottesdienst auf keinen Fall existieren. Wir brauchen die Gottesdienste. Der Garten Eden wurde als Abbild und Schatten gewählt, um zu zeigen, wie wir, die Menschheit, im Himmel gegen Gott sündigten. Durch das, was in Eden geschah, zeigt uns Gott, wie wir sündigten und auf die Erde vertrieben wurden. Um also das verlorene Paradies für uns wiederherzustellen, möchte Gott durch die Gottesdienste sehen, was in unseren Herzen ist. Gott sagte, dass er die Israeliten in der Wüste, durch die sie 40 Jahre lang zogen, prüfte, um zu sehen, was in ihren Herzen wäre und wie er Glaube war, oder? Gott will durch die Gottesdienste am Sabbat, die tägliche Gebetszeit am Morgen und die Gebetszeit am Nachmittag und die Gottesdienste zu den verschiedenen Jahresfesten unsere Einstellung ihm gegenüber sehen. Wenn es Zeit ist, dass Gott die Menschen, deren Zeit auf der Erde endet, richtet, wird Gott dadurch die Seelen, die Buße getan haben, unterscheiden von den Seelen, die keine Buße getan haben. Da das ein so ernster Punkt ist, erlaubt Gott es uns, Gottesdienst zu halten. Ohne den Gottesdienst kann unser Glaubensleben nicht existieren. Erste Mose Kapitel 4 Vers 1 Und Adam erkannte seine Frau Eva und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, Ich habe einen Mann gewonnen mithilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Kains Opfer und Abels Opfer. Das ist die Szene des ersten Gottesdienstes der Menschheit in der Bibel. Warum brachten Kain und Abel diese Art von Gottesdienst dar? Das Opfer, das heißt der Gottesdienst, hat die Bedeutung der Sühne. Wie können uns die Sünden vergeben werden, die wir in der Vergangenheit begangen haben? Man kann die Bedeutung der Buße für all unsere in der Vergangenheit begangenen Sünden im Zweck des Gottesdienstes finden. Nicht Gottesdienst zu halten, bedeutet deswegen, nicht Buße zu tun und daher nicht die Vergebung der Sünden empfangen zu können. Das ist der Grund, warum der Gottesdienst der essentiellste und unverzichtbarste Teil unseres Glaubenslebens ist, den wir auf keinen Fall weglassen dürfen. Wenn es darum geht, Gott anzubeten, so muss man den Gottesdienst im Einklang mit Gottes Ordnungen auf die richtige Weise darbringen. Deswegen sind wir so genau, wenn es darum geht, herauszufinden, ob der Sabbat der Samstag oder der Sonntag ist und ob unser Sabbattag im Einklang mit Gottes Ordnungen gehalten wird, oder? Beim Passa ist es genauso. Wenn man Kains und Abels Opfer nimmt und sie mit den Arten des Gottesdienstes vergleicht, so kann man sagen, dass ein Gottesdienst, der falsch dargebracht wird, dem von Kain und Gottesdienste, die auf die richtige Weise dargebracht werden, dem von Abel gleichen, oder? Wenn man also einen Blick auf 1. Mose Kapitel 4 wirft, so kann man verstehen, dass Gott durch die Opfer von Kain und Abel die Wiederherstellung des Gartens Eden zeigt, in dem Adam und Eva ursprünglich waren. All die Systeme des Alten Testaments waren tausende von Jahren lang noch nicht schriftlich fixiert worden, sondern sie wurden in der Zeit von Mose schriftlich kodifiziert und Gott zeigte uns, was die Merkmale des Gottesdienstes sind. Gehen wir zu 3. Mose Kapitel 4 über. In Kapitel 4, Vers 1 steht geschrieben, Und der Herr redete mit Mose und sprach, Rede mit den Israeliten und sprich, wenn jemand aus Versehen gegen irgendein Gebot des Herrn sündigte und täte, was er nicht tun sollte, wenn etwa der Priester, der gesalbt ist, sündigte, sodass er eine Schuld auf das Volk berechte, so soll er für seine Sünde, die er getan hat, einen jungen Stier darbringen, der ohne Fehler ist, dem Herrn, als was für ein Opfer? Zum Sündopfer. Die Handlung, die wir unternehmen, um für all die Sünden, die wir begangen haben, die Versöhnung zu erlangen, ist der Gottesdienst. Im Alten Testament wird das Opfer genannt und im Neuen Testament Gottesdienst. Die Bedeutung ist dieselbe. Gibt es keinen Gottesdienst, so gibt es keine Öffnung, durch die man zur Vergebung der Sünden gehen kann. Deswegen ließ Gott Abels Opfer weitergegeben werden und in der Zeit Moses begann er, die grundlegenden Abläufe und Ordnungen der Opfer eines nach dem anderen zu organisieren. Das ist das, was zu den Gesetzen des alten Bundes wurde. In all den Opfern im Alten Testament ist die Buße eines Sünders enthalten und auch Gottes Versöhnung. Das Opfer oder der Gottesdienst ist für die Sünder die Zeremonie, Gott gegenüber ihre Buße auszudrücken und für Gott die Buße der Sünder zu sehen und ihre Sünden zu vergeben. Lassen Sie uns zu Vers 13 übergehen. Wenn aber die ganze Gemeinde Israel aus Versehen sich versündigte und die Tat vor ihren Augen verborgen wäre, wenn sie gegen irgendein Gebot des Herrn gehandelt hätten, was sie nicht tun sollten und so sich verschuldet hätten und sie würden dann nach ihrer Sünde inne, die sie getan hätten, so sollen sie einen jungen Stier darbringen als Sündopfer und vor die Tür der Stiftshütte stellen. Und die Ältesten der Gemeinde sollen ihre Hände auf seinen Kopf legen vor dem Herrn und den Stier schlachten vor dem Herrn. Und der Priester, der gesalbt ist, soll Blut von dem Stier in die Stiftshütte bringen und mit seinem Finger hineintauchen und siebenmal sprengen vor dem Herrn an den Vorhang. Das ist die Art und Weise, wie sie Gott ihre Opfergaben darbrachten und sie als Opfer benutzten. Sie benutzten Stiere, manchmal Lämmer, manchmal Ziegen und manchmal Tauben. Im Zentrum all dieser Systeme liegt die Sünde. Wenn die Leute ihre Sünde erkannten, dann brachten sie Gott Opfer dar und sagten, wenn wir auf unsere Leben zurückblicken, so können wir sehen, dass unsere Leben mit Sünde beschmutzt sind. Bitte vergib uns. Im Zeitalter des Neuen Bundes wurde all das dazu geändert, Gottesdienste darzubringen. Die Opfer beinhalten die Buße der Sünder und auch Gottes Versöhnung. Hätten wir nicht Gottes Verheißung oder Bund, die jetzt Gottesdienst genannt werden, so könnten die Sünden, die wir im Himmel begangen haben und die dafür gesorgt haben, dass wir auf die Erde vertrieben wurden, durch nichts anderes aus der Welt geschafft werden. Viele Leute sagen, wir brauchen nur an das kostbare Blut Christi zu glauben, das am Kreuz vergossen wurde. Das ist alles, was man tun muss. Sie denken, dass alles vollbracht werden kann, auch wenn es keinen Gottesdienst oder Opfer gibt, die Gott dargebracht werden. als was bezeichnet die Bibel einen Glauben ohne Werke? Als einen Totenglauben. Gott sagte, dass wir, wenn wir unsere Sünden erkennen und ob ihrer Buße tun, das durch Handlungen zum Ausdruck bringen sollen. Als Jesus den neuen Bund einsetzte, sagte er, das tut, oder? Er sagte nicht nur, denkt darüber nach. All das erfordert Handlungen. Wenn man all die 66 Bücher des Alten Testaments und des Neuen Testaments miteinander verbindet, so handeln sie alle von Opfern, das heißt, dem Gottesdienst. Was ist Jesus Christus nach der Ordnung Melchisedeks? Der Hohepriester. Was tut ein Hohepriester? Wird ein Hohepriester gebraucht, wenn es keine Opfer gibt? Nein. Melchisedek, der Priester, wird gebraucht, weil es im Neuen Bund Opfer gibt. Gäbe es keinen Gottesdienst, so wären die Ordnungen des Neuen Bundes, das heißt, die Art und Weise, wie man in der Ordnung Melchisedeks Gott anbetet, und sogar die Ordnungen des Neuen Bundes selbst, vollkommen bedeutungslos. Da die Buße, die Vergebung der Sünden und die Sühne alle im Gottesdienst enthalten sind, sollte jeder Augenblick des Gottesdienstes ernst genommen und mit größter Sorgfalt vollzogen werden. Was bedeutet Gottesdienst? Bedeutet er lediglich zu beten und Lob zu singen? Wir müssen beten und Lob singen, während wir dabei die Wichtigkeit und Bedeutung davon kennen. Unsere Gebete und unser Lobpreis müssen unsere innige Buße beinhalten, die aus ganzem Herzen, ganzem Gemüt, ganzer Kraft und ganzer Seele kommen. Der Weg, Gott um die Vergebung zu bitten und unsere Buße zu vermitteln, besteht allein im Gottesdienst, den wir heute halten. In den Zeiten des Alten Testaments, was taten die Leute mit den Tieren, wenn sie sagten, wie dieses Tier verdiene ich es, zu sterben? Sie töteten sie. Dabei vergossen Tiere ihr Blut. Der Tod der Tiere war ein Ersatz für unseren Tod. Uns war es bestimmt, zu sterben wie sie. Aber an unserer Stadt wurden die Tiere geopfert und starben. Der Gottesdienst bestand in der Bedeutung des Darbringens von Tieropfern zu Gott. Es gab das Opfer des Sabbat-Tages, die regelmäßigen Brandopfer an jedem Morgen und Nachmittag und auch die der einzelnen Jahresfeste. Hätten wir diese Gottesdienste nicht, so gäbe es für uns keinen Weg dazu, gerettet zu werden, das ewige Leben zu haben oder in den Himmel zu gehen. Deswegen ist der Gottesdienst wirklich sehr wichtig für uns. Durch jeden Gottesdienst denken wir über unsere Sünden nach. Deswegen halten wir heute den Sabbat und tun Buße Ob unserer Sünden. Der Gottesdienst besteht nicht nur darin, Lob zu singen, zu beten und sich die Predigt eines Pastors anzuhören. Während des Gottesdienstes müssen wir mit einem gebrochenen und zerknirschten Herzen zu Gott gehen. Für die Sünder, die sterben sollten, wurde ein Lamm, eine Ziege oder ein Stier geopfert. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir es verdienen, zu sterben, wie die Tiere geopfert wurden. Diese Opfer, die Gott dargebracht wurden, waren Opfer an unserer Stadt. Durch den Sabbatgottesdienst müssen wir uns an das Opfer Christi erinnern, der auf diese Erde kam und an unserer Stadt gekreuzigt wurde. Damit wir uns mit Zuversicht dem Thron der Gnade nähern können, müssen wir jeden Tag über uns selbst nachdenken. Das ist der Grund, aus dem wir am Gottesdienst teilnehmen, richtig? All die Opfer im Alten Testament beinhalten die Buße eines Sünders und Gottes Versöhnung. Lassen Sie uns das durch 3. Mose Kapitel 16 bestätigen. In Kapitel 16 Vers 6 steht Und Aaron soll einen Stier sein Sündopfer darbringen, dass er für sich und sein Haus Sühne schaffe und danach zwei Böcke nehmen und vor den Herrn stellen an der Tür der Stiftshütte und soll das Los werfen über die zwei Böcke ein Los dem Herrn und das andere dem Asasel und soll den Bock, auf welchen das Los für den Herrn fällt, Opfern zum Sündopfer. Aber den Bock, auf welchen das Los für Asasel fällt, soll er lebendig vor den Herrn stellen, dass er über ihm Sühne vollziehe und ihn zu Asasel in die Wüste schicke. Es wird immer wieder gesagt, unsere Sünden werden gesühnt und vergeben. Wir haben die Vergebung der Sünden empfangen. Das ist der Hauptzweck des Gottesdienstes. Wenn wir nur durch die Gegenwart unserer Körper Gottesdienst halten, ohne unsere Seelen, so ist das etwas, dessen Wegen wir sehr alarmiert sein müssen. In den Zeiten des Alten Testaments übernahmen Tiere unsere Sünden. Jetzt aber, im Zeitalter des Neuen Bundes, nimmt wer unsere Sünden auf sich? Himmelsvater und Himmelsmutter, die mit Lösegeld verglichen werden, nehmen all unsere Sünden auf sich. Sie tragen die Last unserer Sünden. Wir begingen im Himmel und auch auf der Erde böse Sünden. Jetzt, da wir in Christus sind, dürfen wir mit diesen Sünden nichts mehr zu tun haben. Mit diesem Entschluss müssen wir den Sabbat halten. Indem wir ob unserer vergangenen Sünden Buße tun und Himmelsvater und Himmelsmutter, die uns unsere Sünden vergeben haben, Dank und Herrlichkeit erweisen, müssen wir uns Gott nähern, jeden Tag, jede Woche, Schritt für Schritt, bis wir das Himmelreich erreichen, oder? In 3. Mose 16 erklärt Gott die Bedeutung der Sühne durch den Sündenbock und den Bock für das Sündopfer. Gehen wir zu Vers 20 über. Und wenn er die Entsühnung des Heiligtums vollbracht hat, der Stiftsüte und des Altars, so soll er den lebendigen Bock herzubringen. Dann soll Aaron seine beiden Hände auf dessen Kopf legen und über ihm bekennen, was? Alle Missetat der Israeliten und alle ihre Übertretungen, mit anderen Worten, Sünden, mit denen sie sich versündigt haben und soll sie dem Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereit steht, in die Wüste bringen lassen, dass also der Bock alle ihre Missetat auf sich nehme und in die Wildnis trage und man lasse ihn in der Wüste. All diese Dinge zeigen, dass das zentrale Wort in Bezug auf den Gottesdienst im Alten Testament Sühne ist. Wie schwer müssen unsere Sünden im Himmel gewesen sein, dass den langen Zeitraum von 1500 Endlos zahllose Lämmer und Ziegen geopfert wurden. Immer wenn ein Tier geopfert wird, ist es nicht einfach ein Tier, das geschlachtet wird. Es sind eigentlich wir, die geschlachtet werden. Diese Tiere standen an unserer Stelle wegen unserer Sünden. Das ist die Essenz des Gottesdienstes im Alten Testament und im Neuen Testament. Die Sünder müssen den Tod der Tiere mit einem bußfertigen Herzen betrachten und mit dem Entschluss, solch eine Sünde werde ich nie wieder begehen. Gäbe es die Zeit des Gottesdienstes nicht, so gäbe es keine Zeit für die Buße und keine Möglichkeit zur Versöhnung. Lassen Sie uns zu Hebräer Kapitel 7 übergehen. In Kapitel 7 Vers 11 steht, Wäre nun die Vollendung durch das levitische Priestertum gekommen, denn unter diesem hat das Volk das Gesetz empfangen, wozu war es dann noch nötig, einen anderen als Priester nach der Ordnung Mechisedex einzusetzen, anstatt einen nach der Ordnung Aarons zu benennen? Denn wenn das Priestertum verändert wird, dann muss auch das Gesetz verändert werden. Das Priestertum änderte sich von der Ordnung Aarons in die Ordnung Mechisedex und der alte Bund änderte sich in den neuen Bund. Wie hier gesagt wird, konnte die Menschheit durch das levitische Priestertum, das heißt das Priestertum zur Zeit von Mose, nicht die Vollkommenheit erlangen. Dieser Gottesdienst war nicht vollkommen, sondern vielmehr ein Abbild. Der Gottesdienst aber, der nach der Ordnung Mechisedex dargebracht wird, ist vollkommen. Gottesdienst ist die Tatsache, dass Gott all unsere Sünden auf sich nimmt, oder? Gottvater und Gottmutter vergeben unsere Sünden, gewähren uns das Recht, Gottes Kinder zu werden und stellen durch ihr heiliges, kostbares Blut unsere ewige himmlische Heimat wieder her, damit wir das ewige Leben und Segen haben können. Wird nicht durch den Gottesdienst Gottes große Liebe über uns ausgegossen? Das im Gedächtnis behalten, lassen sie uns zu Hebräer Kapitel 7 Vers 21 übergehen. In Vers 21 steht, dieser aber durch den Eid dessen, der zu ihm spricht, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht geräuen. Du bist was in Ewigkeit? Du bist ein Priester in Ewigkeit. So ist Jesus Bürger eines viel besseren Bundes geworden. Auch sind es viele, die Priester wurden, weil der Tod keinen bleiben ließ, dieser aber hat, weil er ewig bleibt. Was für ein Priestertum? Er hat ein unvergängliches Priestertum. Jesus kam auf diese Erde und opferte sich selbst für die Menschheit durch das Priestertum des neuen Bundes. Was für ein Priestertum bietet dieser Gottesdienst? Es ist ein unvergängliches Priestertum. Sein Priestertum ist unveränderlich. Es ist unvergänglich. Wenn Jesus Christus ein Priestertum innehat, bedeutet das dann, dass es ein Gott darzubringendes Opfer gibt oder dass es kein Opfer gibt, das Gott dargebracht werden muss. Nur wenn es ein Opfer gibt, ist ein Priestertum erforderlich und deswegen ein Priester, richtig? Fahren wir mit Vers 25 fort. Daher kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen. Wodurch kann er sie retten? Durch das unvergängliche Priestertum, das er innehat. Jesus rettet diejenigen, die zu Gott kommen, vollkommen. Denn er lebt für immer und bittet für sie. Das ist das, was die Bibel lehrt. Was für ein Priestertum hat Jesus dann inne? Schauen wir uns Hebräer Kapitel 5 Vers 8 an. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Ewigen Heils geworden, genannt von Gott was? Ein hoher Priester nach der Ordnung Mechisedex. Die Tatsache, dass es einen hohen Priester gibt, zeigt, dass es ein Opfer gibt, das heißt, einen Gottesdienst. Da Jesus der hohe Priester nach der Ordnung Mechisedex ist, muss man richtig verstehen, was die Ordnung Mechisedex ist. Mechisedex erschien in 1. Mose Kapitel 14 Vers 17. Er war der Priester, der Abraham mit Brot und Wein segnete, als er ihn traf. Wenn Jesus der hohe Priester nach der Ordnung Mechisedex ist, so bedeutet das, dass er diesem Priestertum folgt, seinen Zeremonien und Abläufen, oder? Wer tat das? Die Bibel sagt, dass Jesus Christus der hohe Priester nach der Ordnung Mechisedex ist. Sehen wir uns also in Matthäus 26, Vers 17 an, wie Jesus das Priestertum Mechisedex vollzog. Aber am ersten Tage der ungesäuerten Brote traten die Jünger zu Jesus und fragten, wo willst du, dass wir dir das Passalam zum Essen bereiten? Brot und Wein sind das Symbol von Mechisedex. Sehen wir uns in Vers 26 an, wie Jesus Christus, der die Ordnung Mechisedex befolgte, die Ordnung des Priestertums des Hohen Priesters vollzog. Als sie aber aßen, nahm Jesus das was? Das Brot, dankte und brach und gab es den Jüngern und sprach, nehmt esse, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur was? Zur Vergebung der Sünden. Wie Melchisedek Abraham mit Brot und Wein segnete, was tat Christus als der Hohepriester mit dem Priestertum Melchisedeks in den Zeiten des Neuen Bundes? Was schloss Jesus mit Brot und Wein? Er schloss den Neuen Bund. In Johannes 6 Vers 54 sagte Jesus bezüglich des Neuen Bundes, wer das Fleisch des Menschensohns isst und sein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Da wir das Fleisch und Blut des Menschensohns haben, hat uns Gott als seine Kinder anerkannt und uns versiegelt, richtig? Sie alle. Womit wird dieser Bund geschlossen? Er wird durch einen Gottesdienst geschlossen. Das Passa, bei dem der neue Bund verkündet wurde, war ein Gottesdienst und, wie Jesus in Markus 2 sagte, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat, wird auch der Sabbat als Gottesdienst gehalten. Und die täglichen regelmäßigen Brandopfer sind ebenfalls ein Gottesdienst. In Bezug auf all die Verfahren, in denen Sünder Buße tun, die Vergebung der Sünden empfangen und das ewige Himmelreich wiederhergestellt wird, gäbe es nicht die Zeit des Gottesdienstes, so gäbe es keinerlei Buße oder die Vergebung der Sünden. Wir alle wollen ins Himmelreich gehen. Schon die Tatsache allein, dass wir den wahren Gottesdienst darbringen, der von Gott anerkannt wird, zeigt, dass wir unter den 7,7 Milliarden Menschen auf der Welt die am meisten gesegneten Menschen sind, richtig? Da die Ordnung Melchisedex ein unvergängliches Priestertum ist und sich die Ordnung des Gottesdienstes niemals